ja hallo liebe messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal ja ihr konntet es dem videotitel sicherlich schon entnehmen in diesem video heute soll es einmal mehr um den hersteller real steel gehen und zwar im besonderen um die slipjoint modelle von real steel real steel eine marke die schon seit vielen 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 jahren am start ist mit einer der ältesten chinesischen marken die wir so in unserer messerwelt kennen und die haben inzwischen so viele modelle auf den markt gehauen also das ist das ist schon enorm was real steel da in den letzten 10 12 15 jahren so an den start gebracht hat und da waren wirklich tolle tolle sachen dabei wie zum beispiel das real steel hugin ganz tolles design ganz tolle verarbeitung crossbar lock folder oder auch das megalodon wirklich tolles messer eins meiner liebsten real steel messer überhaupt in carson huang design oder auch das situs ein wirklich wirklich fantastisches messer ich mag das ding wirklich gerne hier mit diesen glow in the dark scales und backspacer aber auch etwas hochpreisigere modelle wie zum beispiel hier das metamorph in der titan version mit s 35 vn stahl oder dieses wunderbare modell hier das griffin auch ein carson huang design da erkennt man die form sprache immer relativ schnell die clips sind oft sehr ähnlich diese ja diese diese dieser schwung hier im griff bei den titan frame lock foldern dann auch diese ausgeschnittene frame lock also das sind alles wirklich schon tolle messer oder natürlich auch einer der klassiker der nicht 42a konform messer hier das real steel h6 hier in einer besonderen ausführung mit diesen wunderbaren shredded carbon fiber griff schalen hatte ich mal beim michael schiffner gekauft im usa shop ja aber auch feststehende messer wie zum beispiel das kleine und doch sehr feine aus der pehl design ich überlege gerade wie es heißt eigentlich weiß ich es fällt mir jetzt nicht ein ich schreibe es euch vielleicht mit dazu ansonsten ja ihr kennt ja diese modelle oder zum beispiel auch das etwas größere bushcraft 3 mit einem konvex schliff also real steel hat da wirklich und das war jetzt nur eine kleine auswahl unglaublich viele modelle auf den markt gebracht aber um die soll es heute nicht gehen heute soll es tatsächlich um die slip joint folder von real steel gehen und da muss ich ganz ehrlich sagen ist real steel eine der firmen die da also gerade aus dem asiatischen raum mit am meisten für gesorgt haben dass man hier also gerade wir hier in deutschland messer haben die wir dann auch wirklich mit führen dürfen wer sich daran hält und wer nicht das mag dahingestellt sein aber ich denke kaiser hat ja kaiser hat so ein paar 42a konforme messer im sortiment zum beispiel das zip slip oder das sheepdog das gibt es auch in einer 42a konformen version concept knives ein etwas neuerer hersteller die haben auch einige 42a konforme modelle das sind dann in der regel detent folder oder double detent folder im programm ja aber wenn man sich zum beispiel so we knife anguckt to your knifes qsp knifes da sind sicher ein paar slip joint folder dabei aber das sind verschwindend wenige und da hat real steel einfach in den letzten jahren modelle auf den markt gebracht nicht nur einfach ja wir bringen man slip joint modell auf markt sondern da waren richtige erfolgsgeschichten dabei ja und da möchte ich euch heute mal meine liebsten vier slip joints von real steel vorstellen fangen wir einfach mal mit dem ersten modell an das real steel solis ein etwas neueres modell das war nicht der erste slip joint folder von real steel hier in einer version mit g10 und carbon fiber laminat wunderbare wunderbare sheepsfoot klingen bei den solis modellen dieses modell übrigens hat mir der michael schiffner auch für ein video da mache ich auch noch mal ein extra video über kostenlos zur verfügung gestellt lieber michael ganz vielen dank dafür das solis wirklich ein tolles messer gibt es in wahnsinnig vielen ausführungen mit verschiedenen griff beschalungen verschiedenen stehlen und neuerdings auch das hatte ich euch ja vor kurzem auch mal gezeigt da hatte ich auch ein wieder über video drüber gemacht in der lux version also mit g10 backspacer und g10 clip ganz tolle innovation mutigen schritt den real steel da gegangen ist ja das solis wirklich ein tolles messer toller kleiner begleiter sehr führig das ganze die feder spannung ist okay sehr schneidfreudig wirklich das solis ein tolles tolles modell da sei auch erwähnt auch das stella da habe ich jetzt kein modell hier auch das ein sehr tauglicher slip joint folder dann schon eine ecke größer wäre es dann halt ein bisschen größer mag für den wäre das stella vielleicht was ansonsten natürlich wie soll es anders sein die luna modelle und da hat real steel einfach mal eine absolute erfolgsgeschichte mit ja sich selbst geschrieben sage ich mal also luna modelle gibt es inzwischen so so viele und ich seht ja selbst und das sind noch nicht alle die ich habe ich habe da noch ein paar mehr bin jetzt kein luna sammler in dem sinne und trotzdem haben es so viele luna modelle zu mir geschafft da sind zum beispiel sondereditionen dabei wie diese hier mit diesem gmascus das ist auch eine usa ja exclusive version von michael schiffner ich werde euch ein paar der sachen die ihr hier seht auch noch mal in die video beschreibung packen also ein link zum bezug da sind dann auch solche modelle auch eine usa ja edition mit dem carbon fiber da sind dann auch ganz stahl modelle dabei da sind solche modelle dabei wie zum beispiel die knife launch exclusive version in der mit der damastklinge und diesem wunderbaren mikata liebe grüße gehen raus nach hamburg oder auch diese sonderedition das war die erste glaube ich von michael vom usa ja shop ohne branding mit mikata griffsschalen ganz kline klinge ganz tolles modell da ist übrigens auch dieser karton zu den ihr immer mal wieder bei meinen real steel videos seht das ist wie ihr seht hier das ist der karton zu diesem messer exclusive luna mikata edition das ist die nummer 69 von 150 in coyote ja ganz 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 tollen wurf den real steel mit seinem luna gemacht hat so ich muss mal ein bisschen platz schaffen ich lasse jetzt mal exemplarisch ein modell der luna messer hier liegen und zwar ja auch ruhig das weiße denn da komme ich noch mal ganz kurz darauf zu sprechen das ist übrigens so ein lux modell die hatte mir der michael ja vor einiger zeit mal rumgeschickt dass ich die mal aus testen kann und mir anschauen kann dadurch auch ein video drüber gemacht ja wirklich ein mutiger schritt den real steel da gegangen ist hier ein messer auf den markt zu bringen gerade dieses erfolgs modell luna und stella und solis also sonne mond und sterne guter müssten was dann in eine andere reihenfolge bringen also ja das ist das ist toll was die sich da getraut haben und ich muss sagen ich benutze das teil ziemlich häufig bis jetzt kann ich nicht sagen dass dieser backspacer aus g10 in irgendeiner form schwächelt auch dieses dlc coating was auf der klinge aufgebracht ist hat bis jetzt nicht gelitten und ich benutze das ding fast täglich also wirklich absolut tollen job den real steel da gemacht hat mit dem luna und besonders mit der luna lux oder besonders mit der lux rei ja ein weitere ein weiteres slip joint modell von dem es auch inzwischen viele varianten gibt ist das g slip das ist hier eine knifes und tools sonderedition mit rotem micarta und das ist hier auch die kompakt version das g slip gibt es noch mal in einer ich sage mal größeren version also als normales g slip wenn man uns das hier mal anschauen das kompakt des g slip das ist schon ja das ist schon ein bisschen größer als das luna nicht nicht viel größer es baut ein bisschen schlanker auf sowohl in der breite als auch in der höhe also das ist die kompakt version die normale version die ist schon deutlich größer als das luna und auch als das della und auch noch ein bisschen größer als das solis und auch noch ein bisschen größer als das della wie gesagt diese version jetzt hier die kompakt version auch ein sehr 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 schneidfreudiges messer schön dünn ausgeschliffen das ganze wie fast alle real steel slip joints mit dem 60 grad stop wirklich wirklich taugliche und vor allem muss man ja auch sagen bezahlbare messer jetzt die normalen version des luna des della des solis des g slip das sind alles messer die liegen so im preisbereich aber wenn man die ganz einfachen g 10 d2 varianten nimmt die liegen um die 30 40 euro also wirklich bezahlbar und ihr kriegt dafür wirklich ein tolles messer mit guter verarbeitung vernünftigen materialien tollen designs wirklich toll was real steel da in den letzten jahren so auf die beine gestellt hat ja und als vierten vertreter ein ja also ein neues beziehungsweise das jüngste slip joint modell das real steel rausgebracht hat nämlich das real steel serenity hier jetzt in der version mit rosewood also mit palisanderholz griffschalen das ganze gibt es auch als g10 version in holz gibt es das noch in olivenholz und ebenholz ein ganz tolles modell wirklich wirklich toll gemacht toll verarbeitet hatte ich auch ein video darüber gemacht ich packe euch die videos zum serenity auch noch mal in die video beschreibung und auch den bezug zum serenity packe ich euch da rein wirklich tolle messer und auch mit diesen wunderbaren holz griffschalen sehr edel anmutend das ganze wirklich wirklich toll gemacht ja und da kam ja vor kurzem auch die knives und tools die knives und tools und quatsch die risaia sonderedition heraus in micarta die hatte ich euch auch vor kurzem vorgestellt auch dazu packe ich euch den link noch mal in die video beschreibung ja der michael vom usaia shop hat beide varianten von real steel als limitierte version auflegen lassen einmal mit diesen wunderbaren denim micarta griffschalen und satinierter klinge aus böler in 690 fantastisches messer und das ganze dann auch noch mal in der natural micarta version mit einer sand gestrahlten klinge absolut klasse messer sehr tauglich und gerade für leute die die modelle gerade luna und solis ja zu klein zu fipsig finden für die wäre dann zum beispiel normal großes g slip oder vor allem hier das serenity die richtige wahl denn das ist wirklich ein full sized folder 42a konform da slip joint verriegelt und zweihändig zu öffnen tolle tolle teile real steel hatte auch noch andere auf den markt wie zum beispiel die barlow modelle da habe ich keins da und habe bis jetzt auch noch keins in der hand gehabt obwohl ich die eigentlich ganz interessant finde wahrscheinlich wird da auch noch mal ein barlow modell den weg zu mir finden auch ganz interessant mit den werkzeuglos auswechselbaren griffschalen auch wieder in tolle neuerung ist es in dem sinne nicht aber trotzdem auch mal wieder was anderes was real steel da mit bei seinen messern verarbeitet hat ja also ihr seht immer wieder innovationen dabei und wie gesagt slip joint modelle die teilweise riesigen erfolg gefeiert haben wie das luna oder das solis und neue modelle auch wieder am start in tollen varianten wie zum beispiel das serenity ja also ich bin gespannt was da in den nächsten jahren von real steel noch gerade im slip joint bereich kommt ich bin auf jeden fall gespannt und er kann euch diese messer wirklich nur wärmstens ans herz legen auch die serenity modelle die g10 version liegen so unter 50 euro glaube ich die wood version liegen ich glaube knapp über die diese exclusive version hier die limitierten vom user shop die liegen bei 273 euro also wirklich bezahlbare messer die ihr da bekommt absolut alltagstauglich sehr gut verarbeitet oftmals von namenhaften designern also da macht ihr absolut nichts falsch so jetzt haben wir hier ganz viel ja ich sage mal lobhudeleien vom zaun gebrochen aber tatsächlich hat real steel das verdient denn für mich ist real steel tatsächlich von den asiatischen herstellern der mit der interessantesten vielseitigsten und vor allem erfolgreichsten slip joint auswahl der letzten zehn jahre sicherlich kann man da auch noch sanren munnen aber real steel einfach noch mal ein anderer schnack einfach noch mal ein anderer schlagmesser qualitativ schon ein bisschen hochwertiger und wie gesagt durch diese ganzen sondereditionen und durch diese ganzen standard varianten die es ja dann trotzdem von diesen modellen gibt wirklich absolut mannigfaltig absolut für jeden was dabei so ja das war es dann auch schon wieder ja über den daumen nach oben freue ich mich natürlich über ein abo freue ich mich über ein kommentar freue ich mich natürlich auch und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen vielen dank fürs reinschauen und tschüss bis zum nächsten mal